Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von EasyNap. Ich spiele heute alleine, da Pascal nicht da ist. Wir in Baden-Württemberg haben hier Ferien und er ist in den Ferien zu seiner Schwester gefahren. Und ich spiele heute alleine. Mir helfen gerade ein paar meiner Freunde aus dem... äh... Platoon KSK. Ich werde heute mal nur mit Pistole spielen. Und hoffe, euch gefällt das. Ich habe jetzt mal nicht viel geredet, also ich werde jetzt Musik einblenden. Und ja... Genau. Dann viel Spaß beim Anschauen. Dieners nucle bett. Ich werde sie so komisch auf brauchen. Du verstehst 36. D-Win 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 D Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 sonst hätte ich die ganze Zeit geredet über verschiedene Sachen naja, egal ich hoffe es hat euch gefallen, lasst bitte einen Daumen da und abonniert uns schreibt uns einen Kommentar und ja, schönen Abend noch Dankeschön